Haben Sie Kinder? Alles ist wunderschön, bis dann aus dem kleinen süßen Kind plötzlich ein Pubertier wird. Hast schöne Augen? Du hast auch wunderschöne blaue Augen, wie die von Fiona aus Schreck 2. Also, bevor sie ein Oger wurde. Ey, alter Edward, mit Carla alleine im Zimmer. Ja, Edward. Wann hast du das letzte Mal geduscht? Wann das letzte Mal? Hast du Kondome? Wann hast du das letzte Mal dein Glied gewaschen? Mein was? Dein Glied! Dein verdammten Penis! Da muss Luft hin! Oh, das ist richtig, das kommt gut. Ja, das ist richtig. Okay. Alles ist richtig. Vielen Dank!